Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 15. Mai 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 616 und ja, es ist weiterhin meine Stimme. Die letzten beiden Tage sind leider ausgefallen, des Achims Stimme ist nicht ganz so auf dem Höhepunkt, wo sie sein sollte und deshalb heute mit Brack. Brack, der Online-Gigant, der Online-Shop hier in der Schweiz hat sein Sortiment weiter ausgebaut. Man ist ja immer wieder dran, neue Kategorien reinzubringen. Neu kommen jetzt Drogerieartikel und Gesundheitsprodukte, Naturkosmetik etc. mit rein. Alles und insgesamt aus der Kategorie, also Produkte, die ohne Fachberatung auch im Einzelhandel verkauft werden dürfen. Somit hat das Ganze seine Richtigkeit und funktioniert auch wie es sollte, ist eine neue Division bei Brack, die aus 13 Mitarbeitern besteht und bis auf Ende 2019 mit 15.000 Produkten aufwarten soll. Da bin ich mal gespannt und spätestens seit vorletzter Woche weiss ich, dass meine Apotheke hier sogar an einem Tag kostenlos meine Produkte ausliefert, die ich so brauche. Also somit eine Division, die ich eventuell nicht brauche bei Brack, wo ich ja sonst eigentlich so ziemlich alles bestelle. Aber das werde ich natürlich sicherlich auch mal ausprobieren, wenn ich da irgendwas finde. Irgend so einen Lippenstift-Labello meine ich natürlich oder sowas ähnliches. Das ist besser als Labello. Werbung wegen Markennennung. OnePlus 7 Pro wurde vorgestellt. Das Flaggschiff, auf das alle gewartet haben. Gut, alle gewartet haben. Man muss dazu sagen, in den letzten zwei, drei Jahren war das OnePlus-Modell, also das OnePlus-Smartphone, jeweils so ein kleiner Benchmark, was so möglich ist in der Android-Welt. Und das hat sich heute nicht ganz so gezeigt. Oder besser gesagt, gestern, wo es vorgestellt wurde. Es war ein Top-Smartphone oder es ist ein Top-Smartphone, was vorgestellt wurde, aber es hat nicht das gewisse Est-Was obendrauf gehabt, was es in den letzten Jahren gehabt hat. Was haben wir da drin? Snapdragon 855 Prozessor, 6, 8 oder 12 GB RAM. Beim Speicher sind es 120 oder 256 GB Speicher. Es sind grosses Displays, Android Pie drauf, eine Triple-Kamera, hinten eine ausfahrbare vorne, in Anführungs-Schlusszeichen muss man fast sagen, nur 4000 mAh Akku. Und was deutlich besser sein soll, ist der Fingerprint-Sensor hinter dem Display, denn da hat er neu eine grössere Auflagefläche und so weiter und so fort. Mehr Details könnt ihr nachlesen im verlinkten Artikel bei uns direkt in den Show-Note. Und ich bin mal gespannt, was ihr von dem neuen Smartphone haltet. Wer von euch auf WhatsApp setzt, sollte, wenn er nicht schon getan hat, egal auf Android oder auf iOS, das Update, das letzte, das aktuellste einspielen, denn es gibt aktuell ein Einfalltor, quasi die Möglichkeit von Spyware, die man installieren kann und das mit einem einfachen WhatsApp-Sprachanruf. Und egal, ob ihr das an das Telefongespräch entgegennehmt oder nicht, soll die Spyware bei euch installiert werden und ihr solltet dann, oder der böse Wicht, der das Ganze dann gemacht hat, solltet dann Zugriff auf eure Kamera und Geodaten etc. bekommen. Ob das und wie das ganz genau so einfach funktioniert, weiss ich nicht, aber ja, installiert das Update. Das ist sowieso nicht falsch. Das solltet ihr eh ein, zwei, dreimal in der Woche tun, sprich einen kleinen Blick in den App Store. Wer Apple Music sein Eigen nennt oder nutzt, besser gesagt, der kennt ihn sicherlich, die Für-Dich-Sektion. Das unter dem Herz unten links, wenn ihr draufklickt, da bekommt ihr basierend auf dem, was ihr hört, Musikvorschläge. Das ist jetzt neu überarbeitet worden und bringt zwei bis dreimal im Tag neue Musikvorschläge und vor allem passendere Vorschläge. Ein Ding, was ich eigentlich an der WWDC erwartet habe, aber in der iOS 12.3 ist die Funktion oder die überarbeitete Funktion jetzt schon mit drin. Wir dürfen also auf die WWDC im nächsten Monat gespannt sein. Sonos hat es ja angekündigt, schon lange, 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 lange ist es her, gefühlt zumindest lange, 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 auf dem Sonos, wie heissen die beiden Dinger, Sonos Beam und der Sonos One, die Möglichkeit zum Installieren oder zum Benutzen eines Sprachassistenten. Alexa hat man ja schon länger eingerichtet und jetzt neu kommt Google Assistant auch da drauf. Gut, ein bisschen Gedulden dürft ihr euch noch, denn starten tut das Ganze. Ich bin mir leider nicht sicher. Schweig, liebe Dame da drüber. Das Ganze kommt erst in den Staaten ausgerollt und irgendwann gegen Sommer dann in Deutschland und Co. Da würde man denken, bei Sonos ist die Nutzerbasis nicht ganz so breit wie bei Android und iOS oder anderen Plattformen. Da könnte man doch gleich weltweit rollen. Aber ja, nichtsdestotrotz dürfen die Amis mal Beta-Tester sein wieder. Wer ein aktuelles Windows 10 Notebook sucht und das gerne auch gefaltet haben möchte, ist ja aktuell so der Trend mit den ganzen Smartphones. Der wird bald schon fündig, doch bald ist ein bisschen übertrieben. Nächstes Jahr, CES, soll es soweit sein, wo man das Ganze zeigt und dann irgendwann im Verlauf des kommenden Jahres auf den Markt kommen. Lenovo hat es heute oder besser gesagt auch gestern gezeigt, das faltbare Notebook. Lenovo faltet also keine Smartphones, sondern gleich gehen sie einen Schritt weiter und falten ein 13,3 Zoll Device. Nicht schlecht, wie ich finde und eigentlich auch interessant, vor allem, weil ich ja schon vor Längerem gesagt habe, ich denke zum Beispiel im Bereich Apple wird man eher nicht ein Smartphone falten, sondern ein iPad und das geht ja da in eine ähnliche Richtung. Spannend, das Display nach innen, damit es besser geschützt ist. Das ist, solange das Ganze noch mit Unicorn-Glas obendrauf ist, sicherlich nicht der falsche Weg, bedienbar über Touch oder über einen Stift und laufen tut das Ganze schlussendlich dann unter Windows 10 in der aktuellsten Version. Wir dürfen gespannt sein, das war ein kleiner Einblick in einen Prototyp. Weiter geht es dann, wie gesagt, im nächsten Jahr mit dem Gadget. Das waren es, die Neuigkeiten. Wenn alles einigermassen klappt, wird morgen der Rachen wieder für euch da sein. Ansonsten bleibe ich weiterhin auf dem Äther und bringe euch die neuesten Technik-News. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Ich habe heute 14, nee, 15 Podcast-Folgen vor mir. Also, nachdem ich dann aufgestanden bin. Das geht ja noch ein bisschen. Jetzt ist 4 Uhr irgendwie. Ja, bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.